Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Adventskalender, Leute. Heute machen wir wieder einen Hardgold SoulSilver Booster auf, nämlich Hardgold SoulSilver Entfesselt. Das ist insgesamt der fünfte Hardgold Booster, den wir aufmachen und wir hatten bis jetzt aus fünf Boostern erst einen richtigen Hit. Das bedeutet eine Holo-Karte oder besser. Dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich. Aus dem ersten Hardgold haben wir schon die Break-Karte gezogen. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück, Leute. Außerdem öffnen wir natürlich wieder ein Türchen am Adventskalender. Wenn ihr das heutige Gewinnspiel nicht verpassen wollt, bleibt gerne dran. Viel Spaß beim Video. Kommen wir endlich zum nächsten Hardgold Booster. Als kleinen Teaser für morgen. Morgen werden wir einen Cosmic Eclipse Booster aufmachen, was auch nochmal auf jeden Fall ein sehr nice Set ist. Aber heute gibt es natürlich den Vintage Booster. Über zehn Jahre lang war dieses Pack hier sealed. Und heute ist es soweit. Wir machen endlich das nächste Pack auf. Und ich bin extrem gehypt und hoffe, dass wir nochmal einen richtig coolen Hit haben. Es wäre auf jeden Fall sehr nice, hier nochmal was Geiles zu ziehen. Ich muss ja sagen, ich hätte auch mal Bock auf eine normale Holo-Karte. Wir haben ja bis jetzt nur die Break-Karte gezogen. Wir haben schon das Drago rangezogen und einige andere coole Karten. Aber noch keine Prime-Karte oder eine Holo. Was mich auf jeden Fall wundert. Wir hatten aus diesen vier Boostern bis jetzt nur einen Hit. Was ein bisschen schade ist, aber naja, das gehört halt einfach dazu, auch mal nichts zu ziehen. Aber wir werden sehen, was das heutige Pack uns so geben wird. Wir haben auf jeden Fall was. Ich glaube, wir haben sogar eine Prime-Karte. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben sogar eine Prime-Karte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ja! Ja! Let's go! Habe ich keinen Trick verkackt oder nicht? Nein, habe ich nicht. Aber Shillok, super stark, Leute. Hier eine kleine Übersicht von den Hits, die in Hardgold entfesselt aka Hardgold Unleashed sein können. Ihr seht auf jeden Fall, wir haben einige sehr nice Sachen dabei. Und ich sehe auf jeden Fall einiges durchblitzen, was eigentlich zu 100% bedeutet. Wir haben eine Prime-Karte. Das bedeutet auf jeden Fall, wir werden ein sehr, sehr nices... Okay, ich bin... Leute, komm schon. Okay, Shillok schon mal sehr nice. Metang auch sehr cool, hatten wir schon einmal. Barmelin gerade schon gesehen. Tediosa. Jetzt will ich natürlich nach hinten, Leute. Alter, das ist mal ein nices Quapsel-Artwork. Weiter geht es. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf, okay. Weiter geht es mit Sepa. Komm schon. Let's go, bitte. Gib uns gleich was richtig Leckeres. Alter! Ich dachte erst, der hat den dicksten Arsch auf der Welt, aber das ist, glaube ich... Soll das der Schwanz sein, Alter? What the fuck? Kommen wir zu Reverse. Komm schon. Gönn eine starke Reverse. Let's go. Sind die Prime-Karten die Reverse-Karten? Okay, Leute. Erste Prime-Karte meines Lebens. Die erste Prime-Karte aus dem Adventskalender. Potenziell der beste Hit, den wir bis jetzt in über 21 Episoden ziehen konnten. Was haben wir? Let's go. Komm schon. Wenn es Xerox ist, bin ich raus. Ist es überhaupt eine Prime-Karte? Ursaring Prime, Alter. Junge, ich war kurz verwirrt, weil normalerweise kennt man ja diese Ränder, die so nach innen gehen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer Hit. Ursaring als Prime-Karte. Und dahinter haben wir noch eine Rare. Oh mein Gott. Cute. Ich war ganz kurz. Alter. Kann dahinter noch eine Holo sein? Weiß einer von euch, ob das möglich ist? Auf jeden Fall super, super nice. Wir haben unseren ersten Prime-Hit aus Hardgold entfesselt. Dazu haben wir ja schon einmal die Break-Karte gezogen. Das sind eigentlich unsere beiden einzigen Hits, die wir bis jetzt aus 5 Boostern Hardgold ziehen konnten. Und man muss natürlich sagen, die Split-Karte ist extrem nice. Aber auch das Ursaring als Prime-Karte extrem, extrem nice. Wir schauen uns mal die Rückseite an. Vorne geht auf jeden Fall sehr, sehr gut fit. Hier unten links leider ganz leichtes Whitening. Ansonsten sieht die Karte top aus. Sie wird auf jeden Fall keine 10 werden. Aber auf jeden Fall trotzdem eine wunderschöne Karte, Leute. Wir schauen jetzt natürlich noch in den Adventskalender und hoffen natürlich, dass wir auch heute ein knackiges Gewinnspiel haben. Morgen öffnen wir noch einmal unerschrocken. Und ich würde sagen, wir gehen rein in Adventskalender Türchen Nummer 22. So, Leute. Kommen wir zu Türchen Nummer 22. Ich bin sehr gespannt, was wir heute dabei haben werden. Wir machen den ganzen Specht mal auf. Und wir haben Nummer 22. An alle die Leute, die übrigens einen Booster im Video gewonnen haben. Ich werde das einfach so machen, dass ich an Weihnachten nochmal streame und all diese Booster dort öffne. Und die dann einfach an euch verschicke, ob ihr jetzt zuschaut oder nicht. Aber ihr kriegt da auf jeden Fall euren Gewinn. Und wir schauen mal, was wir heute als Gewinnspiel haben. Ich denke, morgen oder übermorgen oder halt wie gesagt spätestens an Weihnachten werde ich auf jeden Fall die restlichen Gewinnspiele auflösen. Und wir haben heute einmal Brilliant Stars im Break, Leute. Ich habe schon mal den letzten Malen gesagt, seitdem das Glurak-Alternativ geleakt wurde, bin ich sehr, sehr gehypt auf dieses Set. Da haben wir mal wieder eine richtig krasse Chase-Karte. Und worauf ich noch gespannt habe, ist Weihnachten. Denn wie gesagt, an Weihnachten machen wir noch ein Hardcore-Booster auf. Außerdem, vielleicht habt ihr eine oder andere von euch ja schon gesehen auf meinem Kanal, sind bereits schon zwei Videos hochgeladen, die am 24. und am 25. ihre Premiere haben. Das bedeutet, an Weihnachten gibt es neben dem Adventskalender-Video noch ein Best-Auf von allen Hits aus 2021. Außerdem noch das Video von der alten Vintage-Sammlung, die ich gekauft habe. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, Leute. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, geht auf jeden Fall ein dicker Kuss raus, Leute. Wir sind mittlerweile bei knapp 850 Abonnenten, was auf jeden Fall insane ist. Ich habe mal gestern geschaut, wir haben in den letzten 30 Tagen über 10.000 Aufrufe auf YouTube gemacht, was auf jeden Fall crazy ist. An der Stelle geht ein dickes Dankeschön raus, Leute. Freut euch auf jeden Fall auf Weihnachten. Da gibt es einiges an Content. Nochmal einige Gewinnspiele für euch. Und in Zukunft werden auf jeden Fall einige wilde Sachen auf euch zukommen, Leute. Und es wird generell mehr Giveaways geben, als es jetzt vor dem Adventskalender gab. Das bedeutet, in normalen Videos wird auf jeden Fall auch immer was dabei sein. Deswegen abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, droppt gerne wieder einen Moin Meister in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und ciao.